Ich schleiche im Moment, gell, um mich schneller zu laden. Ich finde die alte Hütte nicht mehr. Entweder sind wir noch nicht so weit oder wir sind schon dran vorbeigelaufen. So, ich komme in deine Richtung, mich hat was erschlüffelt. So, ich bin schon da. Okay. Ich glaube wir sind an der Hütte vorbei. Ja, das kann gut möglich sein. War noch was dort, was wir gebraucht hätten? Nein, wegen den Pilzen. Aber das können wir beim Retourweg auch mitnehmen. Ach, dann hinter dir. So, schauen wir mal, dass wir zum Händler kommen. Da oben ist er. So. Wo hat er denn den Eingang? Ah, da geht dieser Weg entlang. Ah, das ist wieder ein Gebilde. Diese Junkle oder bei Seven Days, die ist ja ganz im Griff, haben sie es noch übernimmt. Schaut er den Straßenverlauf an. Aha. Ja. Gut. Und da geht es rein, würde ich sagen. Sehr fein. Ja, eigentlich kann man sie offen lassen, weil da eh nichts reinkommt. Oh, was hat er denn da? Nehmen wir Heidelbeeren mit. Ja, ich würde sagen, du erntest gleich einmal ab. Ja, bevor wir reinschauen zu ihm. Ah, da geht nichts mehr. Ist das bei dir auch? Was dann? Ich kann zum Beispiel den Reifen nicht abbauen. Eine Chemiestation oder irgendeine? Ah, das geht. Okay. Okay. Schauen wir mal. Da kannst du normal loopen, glaube ich. Na, ja. Da ist aber nichts drin. Aber abbauen kannst du es nicht. Genau. Ah, da sind Betten. Da sind PCs quasi. Also, ich bin ganz oben. Da ist eine Forge. Okay. Cool. Das ist toll, allerdings. Ja, tut mir leid, toller Händler. Du wirst jetzt zuerst einmal ausgenommen. Obwohl da eh nichts Großartiges ist. Da könnten wir ein bisschen Elektronen... Achso, abbauen kann man. Oh, du. Ich habe gefunden, für eine SMG ein Shimata. Ja, nimm mit. Das ist für dich. Ah, okay. Danke. Ja, du magst ja Waffenschmied, oder? Ja, ja, ja. Okay, die Workbench ist jetzt da, heute. Bist du außen ganz rauf, oder innen? Ich bin außen ganz rauf, und bin aber schon wieder herunten. Ich bin dann innen durch runtergegangen. Und bin jetzt wieder im Hof. Ich bin hinter dir. Da bei der Forge. Da war ich schon. Ja, wie gesagt, Reifen kann man nicht machen. Was haben wir da? Das sind die Automaten, ne? Ich denke, wir werden mal innen ganz rauf gehen, oder? Winding Machine Rainbow. Gehst du innen ganz rauf mit? Da steht eine Werkbank. Da war ich schon. Innen? Innen? Da finde ich aber gerade einiges. Ja, okay, in die Werkbank habe ich nicht reingeschaut. Da ist andere aber gemacht. Wo ist denn das Toast drin? Ja, ja. Die ist destroyed. Beton ist schon da. Ja, stimmt. Deshalb dachte ich, die wirft sicher nichts. Oh, doch. Da liegt meistens was drin. So, mir ist kalt. Ja, dann rein zum Händler. Ja. So, jetzt schau noch da hinter mir raus. Da ist auch noch was. Aber das war's. Okay. Da sind wir durch. So, dann rein zum Händler. Hallo. Hallo. Da ist nichts drin. So, ich schau nur, dass ich nicht... Ich hab hier das Snowberries. Ich hab 48 Blueberries. Ist das super. Ich mach aus denen sofort Samen. Damit ich die nicht aus Versehen füttel. Ja. Passt. So, wie verkauft man da jetzt... Ah, ja. Sell. Okay. No. Achso, das ist nicht der... Sellpreis 138. Ja, okay. Das... Das ist okay. Die Reifen verkaufen wir mal. Okay, warum... Achso, weil zwei Minteren ans Gleiche. Aber dann kriegst du gleich weniger. Was würde uns für Eier geben? Gar nichts. Ja, dann kriegst du das auch nicht. Vier ist mir zu wenig. Das ist auch nichts. So, und für das kriegen wir... Okay. Was dann? Also das Eintäuschen der alten Dollars kannst du auch vergessen. Okay, einzelner... Einen... Einen für 100... Also für 112 gibt er uns einen Token. So, wir haben 490 Token. Und er will für... Er hat geiles Zeug, aber es kostet. 1064 Token für einen violetten Knüppel. Das Jagdmesser 649, das ist, ich würde ehrlich gesagt nur eben Samen oder irgendein Buch zum Lernen. Wie gesagt, Blaubeeren habe ich jetzt genommen. Irgendwas... Braucht man nicht für einen Concrete Mix ein Buch? Nein, braucht man nicht mehr. Ich finde momentan noch keine Bücher, schau mal mehr. Bauplan Lederkapuze und Bauplan Lederstiefel hätte er. Moment, ich schau mal nach, was mir fehlt. Animal Hyde, Leder, Leder, Leder habe ich noch gar nichts. Bauplan Lederhandschuhe, Bauplan Schrotflinte. Rotflinte. Ja, das ist... Können wir selber alles nicht leisten. 490 ist es. Okay. Hammer und kostet 737. Die Werkzeugkiste, wozu man die gebraucht, weiß ich nicht. Ja, falls den dann noch, bitte schopft einmal, muss klempen, muss, herumklimperst und... Hä? Was? Na, du musst der Werkzeug einpacken, wenn du zum Markt angehen. Oh, da ist ja ein Generator, Electric Wire Relay. Also, komm jetzt wirklich. So, du, ich glaube, wir düsen wieder Retour. Ja. Und warum? Warum ist jetzt, findet Retour nicht fertig, die Quest? Äh, gute Frage, aber mir nehme ich auch nicht. Was ist jetzt für Kack, die Quest? Du hast bewiesen, dass eine ganze Menge Potenziale in der Schlung hat. Wir haben den Nix gelegenen Außenbuss. So, ich muss zu einem bestimmten Laufen, der markiert es. Ach, das ist doch ein Kack. Ja, wir laufen jetzt einmal Retour. Ja, ich komme schon. Ich bin schon da. Okay, geht. Magst du auf? Ja. Zack, zack. So, und wenn wir jetzt den Weg entlanglaufen, dann sollten wir an unserer alten Hütte vorbeikommen. Oh, in der Nähe vom Dings kannst du nicht einmal einen Strauch abbauen. Wer baut solche Straßen? Ich komme da nicht rauf. So, sack. Ihre. Ah, ich glaube, ich siehst du vorhin schon. Ah, da ist ein Baumstumpf. Ich gebe Honig. Nein, nix drin. Hier sind jede Menge Ressourcensteinchen auch. Ah, ja, da ist wieder eine Tusse aufgestanden. Ja, schnell loszumaligen. Warte. Ich habe jetzt über 250 Pfeile, also das passt mir. Hm. Ah, da ist das. Ähm, wo bist du denn? Ah, da. Schau einmal darunter. Das ist so ein Loch, siehst du das? Ja. Da ist auch so ein Überlebendenlager drinnen. Ah, okay. Das war das, wo ich vorbeigelaufen bin, wie mir der Hund gejagt hat. Das war in... Alles klar. ...bevor wir neu gestartet haben. Wo ist jetzt die Hütte? Ähm, da müssen wir jetzt da links. Okay. Ich hoffe, wir verfehlen die nicht mehr. Hm. Gut. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit unten. Irgendwann muss der Weg raufkommen. Ah, super. Baumstumpf. Ja. Ach, egal. Den lasse ich dann mal stehen. Also, wir haben jetzt keine Zeit. Hm. Ich glaube, dass wir weiter rauf müssen. Können wir noch weiter rauf. Da ist sie. Tapp, 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 tapp. Ah. Ah ja. Da ist sie, die Hütte. Die Hütte. So, und da werden wir die Pilze mitnehmen. Ja. Zombies. Haben wir eigentlich alles da zum Alz eingepackt? War das die Hütte? Ja, klar. Das ist die Hütte. Ja, wir haben alles eingepackt. Und bin ja, glaube ich, sogar zweitens mal hin und her gelaufen. Und wenn wir alles mit haben. So. Genau. Und wenn man da runterkrabbelt, dann kriegt man mal aus diesen Spitzen da, kriegt man es Nitratpulver dann. Genau. Okay, ich bin dann mal nach oben. Sammle und Sößen. Und da sind die Pilze. Tack. Das schon. Sehr schön. Einmal. Das heißt, wir können uns ein natürliches Antibiotikum herstellen. Dann krabbeln wir da runter. Willst du einen Bären wecken? Normalerweise findet man ja da hinten in den Höhlen noch viel mehr Pilze. Es ist nicht in jedem ein Bär drinnen. Hm. So, da haben wir wieder Pilze. Zack. Zack. Du kannst ja Pilze anbauen, oder? Ja. Pilze kann man anbauen. Ja, bitte. Wie viel habe ich jetzt? Sechs Mal. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen von den Nitratspitzen mit. Ich bin am Holz anbauen. Ja, das ist eigentlich das Moos. Ist eigentlich nur ein Ziehrad, oder? Oder kann das irgendwas? Also, ich glaube, dann werde ich mich auch schon wieder rausbewegen. Es wird langsam spät. Es wird Abend. Okay, ich laufe mal vor. Ich bin nämlich langsamer. Jupp. Nur bitte ein paar Pilze anbauen. Perfekt. So geht sich super truppe locker aus. Das muss ich dann schauen, außer der Aufnahme in der Nacht. Auf meiner Karte, wo der Träger eingezächnet ist. Zu dem wir hin müssen. Weit weg. Vermutlich. So, und da sind wir schon. Ja, das noch geschehen ausbessern. Vorne. Ausbessern? Ja, die Spitzen. Ah, ja. Komm mal hin. So, da. Ich habe irgendwo... Ja, Spikes. Ein paar. Wenige. Ja, der wird ja demnächst... Ah, da können wir ja nur farmen. Ja, dann schaue ich aber noch einmal da runter. Ich glaube, ich habe nämlich Platz auch nachher. Lieber da ein Gebäude begonnen. Mhm. Ja, mir noch Platz. Dann mache ich da mal in Lutwetter. Siehst du, die Baurinie da, da war ich auch noch nicht drinnen. Ich hole mir Erde. Dann schauen wir mal gleich da rein. Da irgendwo ist der Wassergraben quasi. Oh, oh. Oh, oh, was? Da sitzt ein Zombie. Oh, oh, da drüben bist du. Also in den Gebäuden müssen wir wirklich in jedem aufpassen, sogar in die Bauröhnen. Ja, ja. Ich überroll die Schläfer. Die schlummern da gemütlich vor sich hin bis zum Hortentag und dann wollen sie auch nicht aufstehen. Hm. Unter der Tür wäre ein Bücherregal. Das ist auch zu. Okay. Entschuldigung. Bei dir? Mich hat's geschreckt. Ist das bei mir? Ich seh nix, nein. Entschuldigung. Nix passiert. Ja, wo ist denn der? Ja, das kann sein, da bei mir in der Bauhunde, da waren nebenbei auch nur zwei Räume, dass ich da einen aufgewickt hab. Na gut, da waren wir ja schon. Na gut, da waren wir ja schon. Was ist? Ich seh nix. Na, ich seh nix. Ich seh nix. Na, dann komm, ich hälte den Wind. Na, 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 gut schon, gut, 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 schon. Okay, da... ...eine Intelligenz hat, so, wenn er schaut, dass er mir da runterfällt. Ich dachte, ich könnte es... ...was tricksen. Weil ich immer zu lange rate. Immer. Und da drüben ist. Jetzt hätt ich den niederknüppeln können, kommt der Nächste. Ja, ich seh's. Ja! Achtung, hinter dir kommt ein Zappel, Philipp. Oh, nein. Ich hab aber nix gehabt. Ah! Der Nächste! Oh! Yes, meine Dame. Ah, der ist noch einmal aufgestanden. Geht's? Ja, ja. Okay, noch wo? Der lebt noch immer. So, jetzt ist es vorbei. So. So. In dieser kleinen Ruine war es so und da haben es so ein... ist ein Aufstand gemacht. Naja, da waren ja in einem anderen Raum, waren gleich mal die zwei drin. Okay. Die, die da dazukommen ist, das war dann... So, es ist 21 Uhr 42, ich laufe retour. Ja. Ich würde retour kommen. Ja, ich komme schon. Das Bücherregal nehmen wir schon mit. Ich bin unterwegs. Okay. Okay. Ich stehe schon da und hänge Gips rein, wenn es da ist. Die Frames. Lauf gerade unser Gebäude entlang. Ich bin drin. Okay. Und gesichert. Super. Ich setze in der Sekunde Blaube-Samen an. Die Pilze, die geht da rein. Mhm. Blaubeeren. Gute Blaubeeren vom Tisch. Chrysantinium seed gehört da hin. So, dann werden wir auch gleich die Pilzsamen anpflanzen. Das gehört da hin. Papier ist doch drüben. Ja, das tue ich wieder da rein. Die Währung. Das Zahlungsmittel. Was eh für ein Huber ist. Mhm. Naja, das neue. Tolles habe ich auch wieder dazu geklickt. Ja, apropos. Das kann man eigentlich tragen. Ah, okay. Tue ich besser. Eine Fliegerbrille tue ich auch rein. Ja. Nicht gleich neben den Pilzen. Ich bin rechts drin. Ja, passt, passt. So, da habe ich noch Stühle. Die schmissen wir da rein. Ihr habt da rechts das Schema da reingelegt. Super. Das weiße T-Shirt, glaube ich kann jetzt hier liegen. Die Pilzsamen sind wo? Links. Links sind noch Pilze. Muss man noch verarbeiten. Okay. Ja, mit euch drei. Ja, cool. So. Dann werde ich nur schnell schauen, bevor ich jetzt abdrehe, wegen einem Skill. Damit ich da mal dabei sitze. Und zwar haben wir einige Punkte bekommen. Schauen wir mal, was wir wieder leveln können. Bei Gesundheit dieses Mal gar nix. Blend Ground. Quality Joule hat er noch immer nicht. Passt. Was wichtig ist, ist der Bergbaumeister. Der geht aber derzeit auch noch nicht. Der bauert die Bergbauwerkzeuge auf 10. Ich habe Level 9. Also mit 10 könnte ich mich dann weiterbilden quasi. Dann geht das noch. Hm. Ich roll mal weiter aus. Hä? Ich habe genügend Punkte. Ich habe die Voraussetzungen erfüllt. Ah ja, Level. Wo steht der wieder? Äh, bei der Person, wo du die anziehst und so. Ganz oben. Ja, schon, aber das, was ich leveln will, wo steht da? Welchen, das ich trage? Da steht nur Bergbauwerkzeuge auf 10. Gut, ich habe auf... Ah, nein. Ich habe die Bauwerkzeuge auf 44. Die Bergbauwerkzeuge habe ich nur auf 2. Das heißt, Storm, äh, Eisenbeetgex und so bauen wahrscheinlich. Okay. Ja, dann levelt man einen Waffenschmied. Waffen. Passt. Ja, und die restlichen Punkte werden wir sich aufheben. Ach, da brauche ich Erde. Ich brauche 2 Samen. Da haben wir das. Dann brauchen wir noch was zu trinken. Und was zum Essen. Und ja, dann sehen wir uns am nächsten Tag, würde ich sagen. Bis dahin. Happy Gaming. Und ciao, ciao. 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 Vielen Dank.